weil jemand hat auf jagen geschossen das fand ich nicht der arme hier also ich stand zu dem zeigen wo ich geschossen habe nicht hinter dir danach stand ich hinter dir habe ich gesagt ja noch hinter dir also ich war die map die riesig ist man keinen chance hat die star wars map ja der sternzerstörer muss ich rum teleportieren auf dem feld habe ich felix paranoid gemacht habe gesagt felix kameras wir beide keine chance mehr das macht hier so bin ich hier in der cantina cantina hallo wo ist meine band auf dem sternzerstörer eine kantine ich sag halt nur cantina weil das klingt besser ich habe hier ein schönes hologramm von unserem sternzerstörer und ich sehe dass unsere antriebsreaktoren definitiv noch ungefähr um 20 prozent verbessert werden wir können bitte gibt das nach oben weiter ich arbeite gerade im reaktor raum ja und da ist noch jahren hier ich wollte ein bisschen unseren sternzerstörer kaputt machen um zu testen ob der haltbar ist ich schieße mal ein paar sachen an um zu schauen ob die explodieren okay wenn wir nichts mehr für dich hören und von dir hören dann bist du definitiv ja ihr werdet wahrscheinlich zum pumpen hallo finn hallo finn ah ja ich habe was explodieren gehört und jan bist du schon gestärkt jan 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 ja da hat er wohl eine feldgleiche gelegt ne ja ich war hier durch die türen wo sie vergleichen nein keine ahnung das heißt aber nur wild guessing da hinten ist felix hugo gesagt arbeitern unserem problem lebst du noch es ist peter peter verschwindet ganz schnell ich lauf rum und sucht jans leiche als bei mir ist auf keinen fall aber hast du den todesland gehört ich habe sie ich habe dann ist es wohl peter und hugo sag ich quatsch ja sag ich doch Peter ich bin ganz ehrlich okay das stimmt aber was würde dann an der theorie verwerflich sein wenn du und hugo es wären ähm weil ich mich selbst beschützen will wo ist Felix sag ich nicht finn er ist da töt ihn hi ich bin hier finn finn töt ihn er ist gegangen er ist gegangen ich bin direkt hinter dir oh nein da ist er noch da war hugo ja hey alle sind hier drin glaub ich grad irgendwie hey hugo ist auch hier ah peter hallo hi ich hab keinen gefunden für so 20 minuten ja finn tötet noch beide ich vertraue dir meistens ah finn aha ihr habt grad finn getötet und gesagt ah finn mhm das ist sehr ehrenhaft denkt ihr ich seh das wait ist es wirklich finn ach 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 finn was wird denn tot sein n n du hast die falschen feinde gemacht n n Dein Tod war mir gesonnen. Dein Tod war mir gesonnen? Hallo, nicht reden, wenn du am Leben bist. Ich guck dir da übrigens nicht raus. Ich glaub, da ist ein Traitor genau vor der Tür. Nee. Als oft, Alter. Ich lade vor dir. Ich lade vor dir. Das ist ein guter Alter. Hä, nein, du warst unsichtbar. Also bei mir als Bektator warst du... Da war ein Fass. Der lag da auf dem Boden rum. Nee, bei mir war der unsichtbar. Nee, bei mir war da kein Fass. Nein, ich lade, ich lade in dieser Reling-Teil dran. Ah, Leute, bei mir waren auch die Waffen im Boden rum. Das ist das größte Problem gerade, dass ich keine Waffen bekomme. Ja, die macht das halt nicht mit dir. Ja, bei mir sind die nicht im Boden. Aber ich sehe sie. Ah, Koga, hier links oben steht... Ich weiß nicht, sieht ihr links oben die Fehlermeldung, dass der Prop des Gals Error Fehlermeldung macht? Nö. Nö, okay, dann sehe nur ich das, weil ich cool bin. Hallo, Finn. Du hast ja hier uns in der letzten Runde hier einen ganz schönen Bären aufgebunden. Felix, was ist cool? Ich habe eine Leiche. Ich habe eine Leiche, die links oben ist. Ja, du bist es besser. Vielleicht. Kannst du mal einen Lift aufmachen? Nö. Nö. Da kann bitte Beiler zu mir kommen. Ich habe hier einen Lift offen. Nö. Warum denn nicht? Du kriegst das heute nicht. Du hast mich in der letzten Runde hart getreist gegillt. In der letzten Runde, wo ich Traitor war, bin ich halt legit vor Peter gelaufen, habe den Lift aufgemacht und Peter hat es einfach nicht gejuckt. Ja, ich weiß ja nicht, was, wo der Lift ist. Ja, hier. Wo denn? Hier ist halt ein Traitor-Ding. Bei mir. Da, da ist der Lift. Achso. Kannst du auch machen, ein Traitor. Achso. Habe ich einfach aufgemacht und bin einfach dann vorbeigelaufen, habe ich nicht gejuckt. Ja, wusste ich doch nicht, dass das eine Traitor-Falle ist, wenn das die erste Runde auf der Map ist. Das ist keine Traitor-Falle. Da wird Traitor irgendwas liegen. Ja, Junge, ich meine, wenn du normal hingehst und ein E drücken würdest, dann hätte ich auch gedacht, ja, okay, funktioniert halt, ne? Hallo, Jan. Ich habe das aus Entfernung gemacht. Ja, Junge, jetzt sehe ich doch nicht. Und jetzt, ob sie jetzt eine Million scharfen und jemanden verstecken kann. Du bist irgendwie ein Weirdo, Schmirdo. Oh, wer ist das? Felix ist das? Oh mein Gott. Hugo ist das? Okay, entscheide ich mal. Also, das ist Hugo. Sieht gar nicht gut aus. Wenn du wieder als Fass da rumliegst und unsichtbar bist, dann ist der Prop Disguiser für die Map gebannt. That would be very fun. Da hinten ist jemand. Da ist jemand unsichtbar. Hugo ist unsichtbar. Ich habe einen Schatten gesehen. Jeff ist runtergefallen. Och, Jeff. Heißt das, ich bin jetzt alleine mit den Jedi? Eigentlich sollte es noch andere Leute leben. Das ist die dunkle Seite der Macht da hinten. Das ist nicht so toll. Das ist sehr dunkel wie mein Toast, wenn ich in zwei Minuten zu lange... Jeff ist gar nicht gestorben. Gott, ich muss abheben. Schnell. Ach, Jeff. Du wirst ja auch sagen sollen, dass du nicht gestorben bist. Musst du wieder leise sein wegen deinen scheiß Eltern. Nein, nein. Ich kann reden. Er will nur nicht. Er unterhält sich nur mit intelligenten Leuten. Also, Jeff. Es sind Felix und Hugo. Hä, ich bin's nicht. Warum tust du mir sowas accusen? Soll ich sagen, wie es war? Es war komplett witzig, weil die Sache ist, ich war unsichtbar. Und währenddessen hat Hugo einfach Finoff angeschossen. Ja, du. Das war echt schön. Du hörst, wie ich lache. Warte, Jeff. Hä? Haha, ich war das Geist als Hugo und echt war... Hat Hugo. Ja, egal. Ich war eh zu langsam, um dich zu schütteln. Hätte ich ja getötet. Ich hab in dieser Runde nichts gemacht. Mein Plan war, dass Felix ich ist und ich unsichtbar hinter ihm herlaufe, falls er Hilfe braucht. Und dann, dass ich... Dass dann, falls ich auffliege, Felix... Felix wird nicht unsichtbar in den Traitorraum laufen. Das wäre einfach fucking falsch gewesen. Jungs, das ist zu hoch IQ. Wir sind zu blöd, um darauf hineinzufallen. Ich war gerade so hart verwirrt davon. Könnt ihr euch das vorstellen? Er hat ließ ja plötzlich Hugo. Und dann überlegt er plötzlich Hugo. Und dann ließ er plötzlich Felix nämlich einfach tot. So, I mean, what the fuck. Okay, für Finn war das anscheinend nicht zu hoch. Gut. Ähm. Oh, heil Felix. So, Finn. Oh, stehst du mich? Fegt er mich geschlagen. Hey, das war nicht ich. Ich schwöre, das war eine unsichtbare Person neben dir. Das war eine unsichtbare Person. Fegt es Traitor. Finn, das war eine unsichtbare Person. Finn, kannst du mal den Lifty aufmachen, bitte? Das ist ein Traitorraum. Wie soll ich den Lifty aufmachen? Als Traitor wüsste. Oh. Oh, ich hab einen Shotgun gefunden, endlich. So, Finn. Was ist so der Verteidigung zu sagen? ich hab nix getan ich hab nix getan hier liegt ein körper das ist felix hier war gerade die tür auf und jetzt war so gut kannst du mal die tür auf mann ich hab schon hart gefremst hier ich wegg zu nehmen finden? oh nein oh nein ich seh schon ja ihr bleibt doch vorm aufzug stehen das sind ihre bruder nein er hat ein lichtschwert ohne licht also ein schwert ich weiß nicht das war irgendwie das hat sich angefühlt wie ein sniperschuss da war es wahrscheinlich aber nee warte ich bin ich bin durch ich bin durch ähm ja finn hast du ihn umgebracht ich wurde explodiert von dir ja okay nein nicht zu viel das war eine frag grenade da steht satanicross planted c4 ich habe gefunden und dann das c4 20 sekunden nach deinem tod explodiert das war ein frag grenade von mir alter finde ich es doch so gut oh wie schön ich hätte nicht gedacht dass die dich da trifft weil du bist so zur seite gegangen das hat mich schon hart ausgekautert ich hab ne huge ich hab ne huge ich hab ne aug 50 mann oh ich hab ne huge mehr jan schlägt immer noch auf alles um zu gucken ob es explodiert ja echt hier folgt mich ich mach das jetzt auch ich bin jetzt was aha finn bleibt stehen weinen das ist weinen aha aha alter ich hab hier okay finn steht jetzt wild um sich felix sneaks in der ecke die situation überfordert mich bitte helfen sie mir ich bin in ihrer gefahr wer bist du jetzt oh da ist jemand gestorben ich weiß nicht du bist nicht gestorben okay 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 geschossen hat geschossen ich habe nicht geschossen hä und dann lag hier eine leiche untersuch mal was das ist was 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 für eine waffe was erzähl uns ja ich habe angst dass peter mich tötet ich habe ich habe ja dann lauf halt ich bin eh nicht da welche waffe jan ist da ja eine auge gerne kommen in der shotgun also ich habe eine sg 550 also ich weiß ja nicht wenn ich jetzt hier hinter mir ist noch felix das gefällt mir nicht ich will keine sniper mann ich kann mir aber nicht umgehen ich habe da verloren geht es geht zur leiche das ist eine shotgun das ist felix seine waffe ist der schock es ist eine falsche schon ja die fucking punk hast du eine falsche shotgun irgendjemand schießt irgendjemand ja ja sein er hat die richtige ich hab's gesehen wer war's denn da seid doch scheiße es ist so spät aufgefallen dass ich einfach fähig sagen ja das ist doch schon vor allem fragt granats welche munizu braucht die firma ist diese dünne hallo was sprengst uns jetzt hallo finn bitte ja ich spreng euch bitte nicht nein nein finn bitte nicht bitte nicht das tat halt richtig gut wir auch finden 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 ich habe nur umbringen was der hugo will mich umbringen warte ich muss katze streichen habe ich geste ich werde mit euch peter oder hugo ist ein trader okay vergiftet hat wirklich umgebracht ich habe ich habe ich habe eine granate in der hand gehalten sondern bis es explodiert ich hatte eine granate in der hand ich habe euch getrollt bin hat schon wieder so hart mieses kamer 881 warum weil weil hallo der stuhl hat aufgehört zu tun ich will fliegen mit r2d 2 aber kann man ja direkt ich komme sich rein ich möchte ich will auch ein waffels also leute ist echt cool damit liegen könnte ich komme gleich wieder ich muss mal kurz neu daran habe ich nie gezweifelt also wie gesagt also eigentlich kommt es auch angeschossen und angeschossen auf das tut man sich anzuschließen in ja auch der position findet dann nicht mehr da über uns sind die trader laufteile und ich glaube das kam von da ich hab's gesehen diesmal diesmal habe ich keine warnung gegeben ich bin ins weg gelaufen hatte angst um mein leben ich sehe nichts ist alles weiß ich weiß nicht welche richtung ich laufen einfach genau da lang ich wollte den radio play das ist ja richtig cool von da oben was wir einladen du kannst doch einfach rein die auf viel beitreten kommen steht da dran spiel info ja genau fünf minuten das nutzen wir noch an die scheiße das kann man gar nicht ausnutzen zu führt aber ich muss also die map ist gar nicht so krass groß ist wirklich so ja ich habe gedacht ich habe ich hatte irgendwie in erinnerung ja schon aber bei genauem betrachten war die gar nicht so groß finden wir können dich nicht einladen weil du immer dabei nicht beitreten kannst du musst ja wir sind auch nur zu fragen nein bitte nicht nein du hattest doch nur einen schuss